Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Simon Zopko und ich bin der Key Account Manager Food Farmer der Masterflex Group. Unsere Location hier ist einfach mal praktisch, denn wir befinden uns hier im Herzen des Masterflex QM Testzentrums. Heute wird unter anderem unser neuestes Schlauchprodukt der Master Purha Fish Tech mal so richtig auf Herz und Nieren getestet, um damit die strenge norwegische Norm NS 94162013 zu bestehen. Teil der Zertifizierung ist ein Zerstörungsszenario. Grund des Tests ist den Schlauch, den Realbetrieb vom Schlauch zu simulieren. Hierbei wird der Schlauch mit Wasser befüllt, bis der Betriebsdruck erreicht ist. Wenn dieser erreicht ist und gehalten wird, muss mit einem scharfen, spitzen Gegenstand die Schlauchwand getroffen werden, sodass ein Riss entsteht. Warum machen wir diesen Test? Wichtig ist hierbei, dass der Riss bzw. das Loch folglich durch hervorragende Materialeigenschaften und hoher Spannungsrissbeständigkeit nicht größer wird. Dies ist wichtig, damit im Realbetrieb kein Fisch entweichen kann. Unsere Testserie ist nun abgeschlossen. Wir machen das aber nicht ganz alleine als Masterflex, weil wir von einer dritten Stelle zertifiziert werden. Dazu haben wir heute Olwe hier und der wird uns mal auf Englisch sagen, was er denn eigentlich macht. Olwe, danke für dich hier zu sein. Bitte lass uns wissen, was ist deine Rolle und warum bist du hier? Vielen Dank, Simon. Mein Name ist Olwe Vangdal und ich bin von D&V. Der Schauspiel bei mir ist heute, um, unter anderem, um die Testschreie, die werden in der Norge genutzt werden, die werden in der Norge genutzt werden, in der Norge genutzt werden. Und in der Norge genutzt werden, müssen sie in der Norge genutzt werden, Regulation in Norway for land-based fish farming and the standard NS94-16 to make sure that they can withstand pressures they are made for and if they burst they will not be destroyed. This is to make sure that fish cannot escape when they are used for fish transfer. Alright, thanks a lot and see you again in two years at the recertification. Thank you.